In diesem Video geht es um die Haltung und Sucht von Porcelliolivis pandaasseln. Pandaasseln sind eine der schönsten und interessantesten Arten von Asseln, die es gibt. In diesem Video erfahren Sie alles, was Sie über die Haltung und Sucht dieser Tiere wissen müssen. Haltung Die Haltung von pandaasseln ist sehr einfach und unkompliziert. Diese Tiere sind in der Regel sehr widerstandsfähig und können in einer Vielzahl von Umgebungen leben. Sie sind jedoch am besten geeignet für Terrarien oder Aquarien mit einem feuchten Substrat, wie zum Beispiel Erde oder Torf, da Sie viel Feuchtigkeit benötigen. Es ist auch wichtig, Ihnen genügend Versteckmöglichkeiten zu bieten, wie zum Beispiel Rindenstücke oder Laub, da Sie gerne unter Dingen leben. Wenn Sie Ihre pandaasseln halten, sollten Sie darauf achten, dass Sie genügend Nahrung bekommen. Diese Tiere fressen gerne frisches Obst und Gemüse wie Äpfel, Karotten oder Gurken. Es ist auch wichtig, Ihnen genügend Calcium zu geben, um Ihre Schalen gesund und stark zu halten. Zucht Die Zucht von pandaasseln ist relativ einfach und unkompliziert. Diese Tiere sind sehr produktiv und können in großen Gruppen gehalten werden. Um die Zucht zu fördern, ist es jedoch wichtig, sicherzustellen, dass die Umgebung feucht genug ist und genügend Versteckmöglichkeiten vorhanden sind. Weibliche pandaasseln können bis zu 50 Eier pro Monat liegen, die in der Regel innerhalb von 4 bis 6 Wochen schlüpfen. Wenn Sie Ihre pandaasseln züchten möchten, sollten Sie sicherstellen, dass Sie genügend Platz haben, um die Jungtiere unterzubringen. Es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass Sie nur gesunde und genetisch verschiedene Tiere miteinander züchten. Fazit Insgesamt sind pandaasseln eine großartige Wahl für Haustierliebhaber, die ein unkompliziertes und pflegeleichtes Tier suchen. Mit der richtigen Haltung und Pflege können Sie glücklich und gesund leben und sich produktiv vermehren. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Video dabei geholfen hat, mehr über die Haltung und Zucht von pandaasseln zu erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen!